Du willst also wissen, wo du die Rankenruhne in der Zelt herbekommst, um diese grünen Karkaufen auslösen zu können? Tja, dann hast du wohl noch keine 10 Minuten Spielzeit, aber ist okay. Alles was du machen musst, ist die erste Ebene ohne zu sterben abzuschließen. Danach gehst du einfach immer weiter den einzigen Weg in die Promenade der Verdammten. Hier läufst du einfach immer weiter nach rechts, bis du zu einer Tür kommst. Da gehst du dann rein, lässt dich runterfallen, besiegst den Titelkämpfer und voila, du hast die Rankenruhne. Herzlichen Glückwunsch.